So, dann sind wir wieder beim Booster, nachdem es das letzte Mal beschwert wurde. Diesmal ein englisches. Ja, Dominaria. Wie ich es letztes Mal schon gesagt habe, wir hatten ein paar Engpässe, was das angeht. Aber das machen sie anscheinend öfter. Mal gucken, was wir so haben. Wir haben einmal Broken Bond. Das ist gar nicht mal so bad, dafür dass man früher 2 Mana bezahlt hat, um es einfach so zu machen. Krass. Dann haben wir Blessing of Belsenlock. 1 Mana Instant, die Kreatur kriegt 2 plus 1 bis Männ des Zuges. Und wenn sie legendär ist, kriegt sie Lifeling. Okay. Das war nicht so bad. Dann Relic Runner. 2 Mana 2 1. Das kann nicht geblockt werden, wenn du ein Historic Spell dieser Runde gecastet hast. Okay. Night of New Benali. Dann Frenzy Rage. Ja, kriegt plus 2, plus 1 und Menace. Das ist ganz okay. Was haben wir hier? Feral Abonation. 6 Mana 5 für Death Touch. Ich finde Death Touch auf 5 Fünfern so unnötig. Das ist so unnötig. Naja. Oh, 4 Mana. Eviscerate. Bistroi-Tile-Creature. 1 Half-Stone macht, zieht 2, 4 Damage. So. Dann haben wir Power Stone Chart. Die ist ganz cool. Du kriegst ein Farbloses für jedes Artefakt, was Power Stone Chart heißt. Da bin ich echt mal gespannt, ob man da nicht irgendwas cooles machen kann. Das Ländereckfalle. Äquavilent. Pendant dazu. Wird ja haufenweise im Legacy gespielt. Das scheint ziemlich gut. So. Was haben wir hier? Ancient Animus. 2 Mana. Instant. Du kriegst eine plus 1, plus 1 Marke. Auf eine legendäre Kreatur. Und sie feiltet dann einen Gegner. Okay. Sie feilt einfach nur ein Fight Spell. Was haben wir hier jetzt noch? Gideon's Reproach. 2 Mana. Macht 4 Damage an der Kreatur. Angreifen oder blocken eine Kreatur. Okay. Uninteressant. Kommen wir zu den Uncut. Oh. Spore Sworn. 4 Mana. Und man kriegt 3 Sub pro Länge. Das ist schon ganz okay. Goblin Warchief. Legacy Staple. Modern Staple. Standard. Weiß ich nicht. Aber Goblin Warchief. Goblin Zauberkosten. Ein Mana weniger. Ein Farbloses Mana weniger. Und alle Goblins haben Eile. Und 3122 ist eine gute Karte. Und... Oh. Das ist eine legendäre Karte. Slime Food. The Stowaway. 3123 Fungus. Ich liebe Fungus. Immer wenn ein Subroling stirbt, fügt der einen Schar neben dem Gegner zu. Und du kriegst ein Leben. Und für 4 Mana kreatet man ein Subroling. Das ist cool. Ich mag die Fungis. Ich mag Pilz. Das klingt falsch. Und unsere Rare ist... Was ist das denn? 4 Bears Blade. 3 Mana. Equip. Eine Kreatur. Kriegt plus 3 plus 0 Wassamkeit und Trampel. Immer wenn die ausgesichtete Kreatur stirbt, kannst du das an eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, ausrüsten. Das ist cool. Das kann ich sogar meinem Commander benutzen. Ich spiele nämlich O-Ju-Tai. Die braucht Wassamkeit. Das ist cool. Ohne Ebene. Unser Abroling. Passend. 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 Passend hierzu. Hihihi. Gut. Das war das Booster. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Blackseat. Ciao, ciao.